Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Altes Life. Ja, mit dabei ist nur der Sax Bugs. Hi Leute, hier ist euer Säufer. Was? Säufer, habe ich gesagt. Auf was hast du verstanden? Säufer. Ja. Ja, und wir werden in der heutigen Folge ein kleines bisschen Kokain farmen. So, steig ein, aber nicht als Co-Pilot. Äh... Ganz normal als Passagier, genau. Und jetzt will ich erst mal versuchen, den Quad hier am Haken zu nehmen. Ich oder was? Ne, ich, nur ich. Flieg, Baby, flieg! Okay. Ach, das hat hier quasi am Haken. Oh Gott. So. Oh. Du bist noch drinnen, ne? Jo. Jo. So, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Zwischenstopp am Airfield, weil der Sax Bugs, der braucht noch 70.000 für die Kokain-Lizenz. Ja, und ich bin eine arme Sau. Und irgendwie will die Server-Info unten rechts nicht laden. Was hast du gemacht? Raketen oder was? Nö, das ist Leuchtgeschoss. Das sind Flares. Okay. Die sollen Raketen ablenken, falls auf uns geschossen wird. Okay. Mit Raketen. Ja. Du fliegst wie ein Profi, gell? Wenn du meinst. Glaubst du nicht, oder? Nee. Ja, dann endlich. Das war ein bisschen zu nach. Ja, das hab ich gemeint. Alles ohne Kontrolle. Ja, bei dir immer, gell? Gell ein bisschen nach vorne. Ich will nicht, dass du landest auf dem Dach. Dann lande endlich. Ja, genau, genau, genau. Perfekt. So sollte es sein. Wieso schießt du? Oh, ich kann einen Fall schon nehmen. Wenn du den Fallscham nimmst, dann ist der dein Rucksack nachher weg. Ja, ja, weiß ich. So Leute, wir sind übrigens wieder auf dem Black Dragon Server. Es sind ein paar mehr Leute da. Als letztes Mal. Ey, wie viel? Wahrscheinlich durch dir. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen durch dir. So, Server IP wird es wahrscheinlich auch wieder in der Videobeschreibung sein. Juuu. Habe ich Nachtsicht geriet? Ja, habe ich. Werkzeugkästen habe ich ebenfalls. Du bist Tom Bernd, oder? Hä? Du bist Tom Bernd, oder? Ja. Gut zu wissen. So, und jetzt ab zum Coca-Feld. Ja, so offen musst du nicht machen, gell? Du hast das nicht unbegrenzt, oder? Ja, weiß ich. Wow, wir fliegen gerade 200, kommt mir aber sehr langsam vor. Okay. Das sieht langsam aus, aber du fliegst ziemlich schnell. Eine... Das... Eine Insel. Mhm. Eine Insel mit zwei Bergen. Und die Insel gehört mir. Und ein tiefes schwarzes Loch. Ja, da kann man viel erleben. Ja, so gut wie gar nichts, gell? Kannst du nicht schneller fliegen? Mein, der Fresse. Ich flieg doch schon 200. Kannst du nicht 300 fliegen? Nee, das geht nicht. Oh, schade. Doch, das geht schon, aber dann muss ich an Höhe gewinnen. Achso. Damit ich in Sturzflug gehen kann, aber dann fliegen wir auch nicht lange. 300. Ach ja, 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 ja. Aber wir haben gleich unser Ziel erreicht. Wir haben geflogen zwölf Kilometer. Geiler Leuchtturm. Achso, habe ich dir die 70.000 schon gegeben, ja. Nein. Nein? Kann ich kurz schauen, aber ich habe bisher nur 35.000. Jetzt habe ich es dir gegeben. Ja, jetzt schon. Wow, sieht gerade geil aus, wie der Helikopter vom Leuchtturm angescheint wird. Ja. 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 Okay. einmal aufsteigen bitte Nein, ich hab keinen Bock! Hallo? Ja, einmal aufsteigen bitte Ja, hab ich! Gut, und dann einmal vollfüllen hier die Taschen Leute, wie farmt man? Ah, mit Windows-Taste, du musst Windows-Taste gedrückt halten Und dann? Ja, dann farmst du Warte mal, Kokain-Verarbeitung Hä? Was ist hä, Sabi? Loll, wo ist die Coca-Verarbeitung da? Ja So, Sabi Hä? Wo bist du? Ich kann nicht... Was? Das kennst du da rum! Ich kann nicht machen! Doch, mit Windows-Taste Ja, drücke ich! Das ist ja gar nichts! Nein, gedrückt halten! Oh, weiße wer, ich habe überhaupt nichts zu trinken und zu essen dabei! Das ist ja gar nichts zu tun! 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 Hey, Sabi! Was machst du? Ich kann nicht farben! Hä? Mit Windows-Taste! Ich drücke ständig Windows-Taste! Hä? Hä? Verstehe ich nicht! Ich verstehe es selber nicht! Also die nicht! Das nicht! Das? Nee! Nee! Äh, ich mache ja nochmal einen kurzen Cut! Bis gleich! Tschüss! Tschüss!